was gedeutet bomb man of bombion heute spielen wir darwin project mit nitro gamer den könnt ihr auch sein kanal für gehen ja heute machen in challenge und zwar die 0 prozent empfindlichkeit challenge ich habe schon alles eingestellt ich zeige euch das hier alles auf null außer tod so nah wird das will ich braucht man nicht einstellen weil das ist keine empfindlichkeit ja okay nitro game hat auch auf null gemacht ja und jetzt starten eine runde wir sehen uns gleich wenn wir drinnen sind okay das sind vier leute oh mein gott wie langsam das ist oh mein gott leute ladet euch auch das spiel runter weil das ist kostenlos jetzt kann man auch zu zweit spielen vorher gang das nicht ja mein erstes video gesehen hat ja aber das schon langsam hat auf jeden fall nicht so gut eine chance bogen vor allem da habe ich da braucht man gar nicht benutzen fast obwohl das geht sogar also schlimm ist es jetzt nicht 100 prozent empfindlichkeit challenge weil wir bock haben davon project mehr weitere challenges sehen wollt dann lasst ein like da abonniert den kanal aktiviert die glocke teilt das video mit allen freunden und schreibt einen kommentar ja die runde geht gleich los go so jetzt sind wir drinnen oh mein gott denkst du holen den sieg wenn wir sie können dann wäre krass schon das ist die volle stärke die ich jetzt drehe okay also ich habe es mir langsamer vorgestellt dafür dass es 0 ist 0 heißt ja eigentlich gar nicht drehen so macht erstmal irgendwas nitro game ok jemand ist schon tot nie sogar zwei schon ja das kann ich schnell herr hast du gehört wie sie geredet hat weil der fehler war gerade der domination der domination ok ich habe jetzt ich habe jetzt gar kein holz also das ist nicht so gut ich finde sogar das geht voll erks kerl wie er das so sagt leute leute als nächstes kommt doch ein dings video minecraft dann pflanz gegen zumbies wo sind ey das kommt jetzt erst die erste zone wo bist du ey wir müssen nicht drei kilometer abstand halten digga ich bin in der mitte vom anderen feld du er ist einfach pflichtest du von hier warte doch mal jetzt mal ehrlich wie ich sehe dich als so einen kleinen punkt wie so eine ameise ok mir kommt kälte ich muss mir erst mal feuer machen ja du bist selber schülternde so weit wegrennt sich versucht zu dir zu kommen das war tot ich hoffe man kann einen wiederbeleben hast du ihn getötet man kann ja oben gucken was war ich da ok ich bin gleich bei dir ja ich hast du voll leben ist ich sehe dich ach so ja stimmt ich sehe das sind oh mein gott das ist so schwer digga oh ich kann ihn gar nicht drehen hä wie kann er uns wie tötet er uns nicht obwohl wir empfindlichkeiten 0 haben ok applaus an ahmet hätten erst gemacht mit empfindlichkeiten 0 ja ja geklaut habe ich ihn aber du hast ihn eigentlich genau ich wusste mal dass ich ihn bekommen habe welches in re ich habe ihn schon genommen immer wenn du in meiner nähe bis kann ich die kiste nicht einsammeln also wenn direkt neben mir stehst die runde geht ja voll schnell noch die letzte zwei gegner hat mir grad niedrücker immer auch gesagt leute ihr könnt auch die challenge auf sein kanal sehen auf seiner sicht weil weil dann ist es auch cooler du bist neben den gegner direkt aber es kann doch nicht sein dass wir jetzt gewinnen ey da vorne ich hör was hier irgendwo bei mir oh mein gott zwei leute die am schild der eine oh mein gott ein feuer nein nein leute er muss das jetzt schaffen ich kann dir zu gucken aber ja leute falls ihr auch das spiel kennt und paar tipps hat dann schreibt sie gerne kommentare weil ich weiß nicht ob man sich gegenseitig heilen kann geht das boah die runde war auf jeden fall schon schon okay aber ja man leute schafft mindestens die zehn likes damit wir die nächste challenge machen und bei nitro gamer müsst ihr fünf likes schaffen weil dann macht er auch die nächste challenge bei mir mindestens zehn leute ich gebe mir auch viel mühe für die videos extra für euch also könnt ihr auch abonnieren wenn ihr wollt oh nein das voll lieben aber das gut oh mein gott du kannst dich überhaupt nicht gedrehen gefühlt oh mein gott die sind direkt hinter dir er greift die doch an digger ja komm 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 nein leute wir wollten zweiter platz aber das war voll gut finde ich zweiter platz dafür dass wir neue empfindlichkeit haben ja ok leute das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat lassen leichter abonniert den kanal aktiviert die glocke teilt das video mit euren freunden und ja geht auch auf nitro gamers kanal ab 100 abos machte stimme und ab ja und macht bei mir gern die 20 abonnenten dann würde ich mich auch sehr freuen oder macht die 25 abonnenten da würde ich mich auch sehr freuen ok das war's mit dem video und ciao